Hallo und willkommen zu einem Let's Play Minecraft von LP mit Brows. Wir sind Jim und Joom. Ich bin Jim, ich spiele und Joom, der kommentiert, ich hänge im Blog. Weißt du, ich bin auch so ein Blog-Hänger. Ich drücke hier eben, dein Inventar zu öffnen. Er öffnet und wird hohoho geschafft. Oh, Jumel. Wollen wir gucken, ob wir Jumel-Tempel finden? Ich bin doch ein Finde. Hast du Glück gehabt? Was ist, wenn ich doch kein Finde? Kannst mich mal am Arsch legen. Oh, der Jumel ist groß. Ja, und deshalb passe ich, wenn der dumme Jumel da, Jim, in den Jumel geht. Weil wir dafür mindestens zwei Folgen brauchen, sie da rauszukommen. Nein, nicht mit mir. Ich kenne den nicht seit vor. Das ist anstrengend genug. Nein, ich labere jetzt nicht die ganze Zeit. Wir haben ja noch den Faultext Topic. Der ist so gestört! Ja, wir haben ja noch den Faultext Topic und brauchen ein neues. Wenn ihr wollt, könnt ihr für uns das machen oder könnt ihr uns eins von euch senden mit Download-Link. Wenn ihr Pech habt, hört ihr gerade so dumm Junge mit Hintergrund. Der ist... Scheiße. Also wir nennen jetzt mal Tobi. Ich bin der Stück. Nicht Jim, sondern Tobi. Dreimal Holz geklöpft, verarsch mich nicht. Also im nächsten Netzplan werden wir ohne Tobi machen, ne? Obwohl dann... Okay, vielleicht schon. Leider. Ja. Ja, also der spür... Der kommentiert jetzt nichts mit. Der lacht einfach nur. Der ballt schön und froh mit seinem Handy. Wie der sagt wieder Smartphone. Smartphone. Der... Der sagt immer eine Stufe besser. Er will immer alles besser wissen. Moment. Hoffentlich. Er ist gut. Hoffentlich. Er ist einfach leise und sagt, was geht zu den Textur-Apps. Okay, apropos Textur-Packs. Apropos. Das ist nicht witzig. Also, ähm... Ihr seht, wir spielen noch mit dem Fault-Textur-Pack. Und wenn ihr eins selber gemacht habt, sendet euch uns den Link. Und wenn wir das dann auch benutzen für künftiges LP, sendet uns den Link und dann gucken wir mal, welches wir nehmen. Ja, und dann, wenn wir mehrere bekommen, dann machen wir ein noch so ein Special auf einer Superflachwelt und fragen euch, was wir benutzen sollen. Und die Zeit, wir haben immer nur 10 Minuten, weil wir noch die Fourier-Version haben. Seht ihr hier? Hier irgendwo. Ja. Es wird zum Beispiel, wenn es mit dem Lit-Player gut funktioniert, jetzt werdet ihr das nicht mehr lange sehen. Ja. Boah, der Anfang ist immer das langweiligste. Oder? Ja, oder dein Fleisch, womit du gerade gegraben hast. Ich will es nicht mehr wissen. Im Sand. Tobi will es essen. Tobi will es essen. Er ist unser Müll, Tobi. Oh. Da liegt sich gerade ein bisschen auf. Oh. Also wenn, wenn ... an der Berndung kann man sich holen die Bahnhofen zu erledigen die die unteren Blöcke abhauen der Rest auch immer sich runter kann man sich holen vielleicht der Baum fällt das ist richtig gut damit haben wir uns auf der Schammer bei Megacolo gemacht und ihr seht ja wir haben noch wir haben keinen Scan wir sind einfach zu drohen dass nicht viel so was geht ja musst du so was immer zeigen? und nein wir werden weiterhin nicht so spielen auch noch nicht so aber so aber so aber so ja so ich hab einen Ohr wo ok eigentlich hat die Hütte schon zwei weißt du denn? äh sag ich jetzt nicht vergessen doch ich kenne die Lieder aber du kennst den Text aber hast den Namen vergessen oder? doch ich kenne die Bilder im Kopf und all von ab ich hab nur einen Afro eh eh ihi den mag ich nicht in der einen ein ein ja ja der Tobi hat man hier war war wieder so schlau und hat mir nachgemacht und hat mir ne gute Imko klaut nein Jo ich sehe grad wie im Eisen Eisen ist gut alles gut solange du wild bist 1,2,3 halt die Fress mit so einer Scheiße achja und damit es nicht so langweilig wird schreib mal Themen in die Kommentare über was wir reden können und was wir bauen können und was der Typ der Zock baut alias Jo alias Jim genau was ich bauen kann was der bauen kann traut ihr nicht so viel zu ja ich hab schon Kavine gebaut das hat schon mal Pixel abgebaut ne ne hab ich aber schon hm was denn minecraft oh Eisen ich hab schon minecraft ist das ne der wichtigste Rohstoff ist es ja eigentlich auch zu Anfang auf jeden Fall oder eine der wichtigsten oder eine der wichtigsten ich möchte ich möchte ich möchte um nichts jeden irgendwer hätte als ich das gesagt habe doch so wahrscheinlich Diamant ist das wichtigste Diamant 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 aber wenn man von den Werkzeugen abzieht ne auch nicht immer auf die Werkzeuge achtet dann ist es Eisen Schien ähm Schien ähm ja einfach Schienengitar Schere Schere Scheiße äh mein PC sein PC die er soll um wir haben wir haben wir haben wir haben wir haben wir haben kostenlose wir sind wir sind wir sind wir sind wir sind wir sind ja die aufnahme gestorben wahrscheinlich die 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 kleinen so sie du hast kein Mist die wir wir werden jetzt nicht die Frumms nicht so wahrscheinlich nur so paar Minuten zwei drei zwei zwei so ein bisschen einer Wir haben, ähm, wir haben, also, vielleicht können, wenn ihr wollt, bitten können, gehen wir einfach mal für euch und dann noch, ähm, auf einen anderen YouTube-Kanal, ähm, wieso musst du nicht weiter? Ähm, diesen Design des Passams hochladen. Ja, ich programme. Dann habe ich dafür so ein Programm an, nicht das Video, nur die Musik. Ja, ich habe schon eins. Also, ich habe ein Programm dafür. Nee, wirklich. Also, ja, aber so oft benutze ich das jetzt nicht mehr. Ja, natürlich kaum noch. Und ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, was, über welche Themen wir sprechen können, und vielleicht noch welche Modes, äh, wir benutzen sollen. Also, ja, es sollten jetzt nicht so tun, wenn ihr Items und so, sondern so ein Mist sein, wo man sich so alles mögliche rausnimmt. Ja, ja, das ist ja nicht so. Ja, 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 ja. Jaja, ja, ja, ist ja Rache süchtig. Wer auch noch Rache mag, schreibt das in die Kommentare. Schreibt zum Beispiel, ich mag Rache. Jo. Kohle. Heute interessiert mich nicht, ich mag es nicht. Alter! Für später? Was willst du denn später machen? Schienen. Gepowerte Schienen. Okay. Da hat doch mal wieder nichts gegen. Glaube ich noch was gegen. Oh. Ich mag hier fast jeden Hochstoff nicht. Außer man hat keine guten Werktage gemacht. Welche Höhe? Ja. 25. Oh Mann, da habe ich mal viel Zeit. Oh ja, ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt langsam Tschüss. Tschau. Tschau.